Machine Gun Kelly spricht über seine Depression und dankt Megan Fox, Drogenprobleme, Paranoia, Suizidgedanken. In einem Dokumentarfilm spricht US-Rapper Machine Gun Kelly darüber, wie ihn seine Verlobte Megan Fox unterstützt und warum er seine Krise überwunden hat. Der Rapper Machine Gun Kelly ist mit seinem Mix aus Hip-Hop und Rock zum international gefeierten Star geworden. Und der 32-Jährige war offenbar lange Zeit psychisch krank, er habe an einem Punkt eine geladene Flinte im Mund gehabt. Sagt der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Cawson Baker heißt, im nun erschienenen Dokumentarfilm Machine Gun Kelly's Wife in Pink. Demnach ging Baker besonders im Juli 2020 nach dem Tod seines Vaters durch eine schwere Zeit. Der Verlust habe ihn in seinem Kampf gegen Depressionen und Medikamentenmissbrauch aus der Bahn geworfen, sagte der 32-Jährige, ich wollte mein Zimmer nicht verlassen, sagte der Rapper. Es wurde wirklich sehr, sehr dunkel. Als seine Freundin, die US-Schauspielerin Megan Fox, zu einem Filmdreh nach Bulgarien flog, sei er paranoid geworden und habe ständig gedacht, dass jemand kommen und ihn umbringen werde, schildert Baker. Ciao! Europäer